Auf jeden Fall gut aus, da müsst ihr noch was machen, ähm, da geh ich mal kurz zu einem Crafting Table, haben wir den da drinnen, haben wir da einen stehen, ja, gut, alter, ich hab schon gedacht hier, ähm, ach, wir müssen eh runter, weil das, was ich haben will, ist unten, äh, äh, erstmal hier röpsen, geht das eigentlich, na? Ja, gut, alter, ich hab schon gedacht, es geht nett, ähm, warum hab ich denn da noch keine Kategorie von dem, so, brauchen wir eh nur zwei, so, gut, dann gehen wir da raus und tun das da, äh, hin, Na, so, hinmachen, so, ich hab bald eine Stunde aufgenommen, da muss ich noch eine halbe Stunde, so ist es halt nun mal, ich bin halt so schlau und nimm halt erst immer auf den letzten Drücke auf, so, jetzt haben wir hier so einen schönen Weg, das ist auch ganz gut, so, dann guck ich erstmal, wie weit unsere Ernte da ist, ja, muss ich auch mal schauen, Oh, ja, die braucht noch ein bisschen, aber die wackelt so schön, ja, gut, dann, hab ich noch Platz, ah, noch wenig, gehen wir erst mal unsere Sachen, äh, einsortieren, damit wir mal hier weiterbauen, na, so, Hey, schade, was haben wir denn alles hier, okay, das brauchen wir aber noch, hier, Sticks brauchen wir eigentlich nicht, warte, 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 ich hab diese scheiß Blumen da aufgesammeln, was soll ich kann, so, und, äh, so, äh, Ja, das reicht es schon, so, gut, dann gehen wir wieder raus, ach, ich kann hier wieder das, den Rad da ausmachen, ja, wir brauchen kein Mensch, so, dann tun wir erst mal unsere kleine Ernte da, hier in unserem Garten, ähm, hier ernten, ist ja eigentlich auch mal Zeit, ist denn alles gewachsen, ja, ist alles gewachsen, gut, Ah, Mama, kann hier alles hier weg, so, hier, die Samen wieder hin, ich weiß noch nicht, ob ich den Garten hier weg, also abbauen soll, und ob ich dann hier das Haus vielleicht erweitern soll, ja, das, ich weiß noch nicht genau, muss ich mir noch überlegen, So, dann sind Karotten, ich hab auch lange, lange keine Karotten gegessen, ich glaub, ich wechsle mal so ein Brot auf Karotten, weil jeden Tag Brot ist ja auch nicht, oh, kacke, oder? Haha, Flachwitz, so. Ah, da hab ich's immer noch nicht gefixt, boah, bin ich faul, alter. So, und dann kommen noch hier die ganzen Kürbisse, ich mein, Kakao brauch ich grad jetzt, also, muss ich das jetzt nicht abbauen, was ich abbauen muss, oder will, sind noch die Melonen, ähm, Alter, ich werd schon leicht heißer, so leicht, aber nur, so, und dann auch noch weg, so, aber jetzt aber kein Platz mehr, gut, das ist sehr gut, so, geh mal rein und tu mal die ganze Kacke mal weg hier, so, äh, Karotten, Kartoffeln, da, und hier, Melonen, Kürbisse, und da hinten kommen die Kacksamen und Weizen rein, so, Samen und Weizen, ich mach mal neun Brot, einfach so, neues Brot, ja, ich kann wieder kein Deutsch hier, Alter, ähm, hab ich eigentlich ne Brotkiste? Ja, gut, Dachrad, so, so, mach einfach mal Brot, wir haben genügend Weizen, so, tun wir das Brot rein, und dann würde ich sagen, du musst, noch, ein bisschen Weizen, wie viel denn, ach komm, mach mal so, denn ich will mal wieder die, äh, Viecher, ähm, äh, äh, die Viecher, äh, ne, die Viecher, halt, die Tiere, wieder, äh, fortpflanzen, So, was brauchen wir noch, Karotten für die, Schweine, ja, ich habe hier eh nicht viele Schweine, also, so, aber erst mal schlafen, keinen Bock jetzt, dass dein Creeper in meinem Gehäge hochgeht, so, erst mal was trinken hier, so, jetzt geht's schon wieder besser mit der Schnimmel, voll schlagartig so, da war nur mein Mund zu trocken, geh mal weg da, nein, jetzt raus, nein, 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 komm, 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 ja, du und du, du und du, du und du, gut, so, gibt mir eure Erfahrung, gibt mir eure Erfahrung, jetzt, warum, ach, nee, so, so, und Kühe, lol, Kühe, du und du, lol, warum bist denn du alleine, warum, ja, dann kann ich dich leider nett fortpflanzen, so, jetzt kommen die Karotten, wie viele Schweine habe ich, oh, zwei, das ist natürlich gut, so, ja, und du, jo, 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 da kann man sich jetzt bilden, oh, süß, das wird ein geiles thumbnail, das wird, thumbnail, sag ich, boah, das kann ich auch nochmal aussprechen, ich nehme mal die Samen, so, oh, ich weiß die ganz, oh, weg, ganz ein Ei hier einsam, ich habe mir noch keine Truhe für Eier, da ist noch ein Ei, da ist ein zwei Eier, na, komm einfach alle drauf, komm, da, bam, 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 hat jeder, hat jeder, will noch jemand, wird, jeder hat schon, dann, da, so, raus, 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 natürlich die Sachen wieder zurück, so, die Karotten, die Eier, wo habe ich denn die Eier hin, weiß ich gar nicht mehr, erst mal richtig hinsetzen, so, na, sprinten, Samen, und weizen, wo habe ich denn die Eier hin, wo habe ich denn die Eier hin, habe ich gehockt, Eier, ach, komm, ich tu mal da die Eier rein, komm, einfach so, komm, ich habe keinen Platz für die Eier, ich muss das Video erweitern, hätte ich echt nicht gedacht, dass es so weit kommt, gut, habe ich alles noch, ja, gut, dann, machen wir mal den, den Kiesweg auf der anderen Seite hier weiter, so, schöne Häuser noch da, Ah, da wollte ich auch noch was machen, das fällt mir alles gerade erst jetzt ein, mei, das fällt mir immer erst jetzt ein, und, ich weiß nicht, ob ich Leben jemals brauchen werde, na, scheiß Strömung, Junge, aber ich baue es einfach mal trotzdem ab, weil ich meine, man kann es ja immer mal irgendwie brauchen, dann baue ich es lieber jetzt ab, bevor ich es hier irgendwie vergesse, Strömung, oh, Strömung, so, da baue ich mir alles zu, lol, lol, achso, oh, äh, trinke ich hier ja noch fast, so, brauchen auf jeden Fall mehr Erde, hab ja, glaub ich, noch mal so viel, oh, ich hab noch, oh, ich hab noch zwei Stacks, gut, ach, von da hinten noch, ah, aber es reicht, glaub ich nicht, so, alles mal, nein, so, so, äh, gut,